Aufnahme läuft. Bist du Kanata? Ja, ja. Ja, stimmt noch nicht genau. Nein, nein, wir könnten noch etwas. Nein, nein, stimmt ziemlich genau. Ja, wir müssen Mühe. Mühe könnte man ihm noch geben. Aber den würde ich jetzt nicht machen. Ja, nicht wahr, von hinten schaust, ist es gut. Es ist geil so. Mike, das Systeme haben wir gut hergebracht. Ja. Dann könnte man es noch etwas abdrehen, damit er auch noch gerade steht. Aber es ist auch nicht einmal nötig. Ja. Machst du auch Landeanflug? Nein. Ja. Ist es möglich, dass der Vogel einfach anziehen soll, damit wir Gas geben? Ja. Ja, dann musst du noch etwas trimmen. Also das Orange ist gut. Du siehst gut hier. Das ist geil, oder? Ja. Du könntest von unten, vielleicht den Rund von Orange. Du siehst. Möchtest du, wie das Wetter so weit ist. Jetzt siehst du auch noch besser. Ja. Jetzt hängt er einfach mal hier. Das ist ziemlich krass. Salut. Salut. Du steigst da und kommst ein bisschen. Jetzt kommt er wieder. Aber der Dreck hat ihm schön nachher jetzt. Ja. Das ist geil. Ja, es läuft ja auch schon. Ja, es läuft ja. Ja, es läuft ja. Oben ein sowieso. Es ist auch thermisch noch. Ja, ja. Das ist gut. Ein bisschen durch den Kapkonduren. Das kann man nicht so. Wie soll es sein? Machst du Accra? Absolut nicht. Und das ist so absichtlich. Du musst ihn einfach schöner. Ja, die Wald sind interessant. Ja, das ist eben auch die hintere Batterie. Weisst du? Nimm ihn nicht an. Jetzt kannst du immer ein bisschen Flaps geben. Dann kannst du ihn segeln. Und dann kannst du den Dampf rausnehmen. Ich gebe dir ein bisschen Flaps. Ja, jetzt kannst du ein bisschen Dampf rausnehmen. Dann kannst du ihn schön segeln. Du musst schauen, dass du nicht horizontal eintrimmst. Also einfach immer den Horizont schön hast. Ich kann es auch noch constrained machen. Danke. Wenn du ihn pigst, hast du einfach gesehen? Dann schauit dich einfach auf die Wendekんです. Also dann habe ich einplan nach. Dann kannst du ihn weg, dass in seit oder in seit eigentlich sein. Dann trage ich ihn sofort hin, um jetzt zu nehmen und dann geht drauf und ers President. Dann gibt nochmal einen Motorrad schwer eran. Wenn du dahinter kommst, musst du auf das Gras zählen. Dann kannst du ihn nachher ausgleichen. Aber das versuchen wir es gleich mit dem Ding. Wenn du kommst, tu dir nicht den Ding rein. Ist gut, der Kreisel. Nein. Gut, komm, komm. Du bist ein bisschen höher. Du bist im Wald. Oder zieh ihn rein. Komm, gib Gas. Was passiert hier mit dem Flieger? Oh, gut. Zurück von das. Zurück. Ich muss da hinten rum. Wenn du hier am Gas gehst, schon wieder auf das Gras gehen. Ist der Ding gut? Der Schwerpunkt. Ist der Schwerpunkt? Der Schwerpunkt. Wenn du noch schaust. Wie haben wir es können? Der fliegt mit dem Motor. Achtung. Hörst du ihn? Ja, ich habe ihn. Wie ist das, was ich habe? Achtung. Ach, du kommst da rein. Du? Ja, komm, warte. Wenn du etwas rauskriegst. Wenn du etwas rauskriegst. Wenn du etwas rauskriegst. Wenn du etwas rauskriegst. Wenn du etwas rauskriegst.